Das ist ein Kunstwerk. Ich muss ruhig da zu einem Licht kommen. Das wird irgendwie... ...ein bisschen seltsam. Geht ihn! Du musst nicht wissen, wann zu gehen! Ich weiß nicht, dass es Spannungen gibt. Ne, ja. Viel verdient. Oder bei normalerweise. Das hängt von der Aufgabe ab. Für diese Aufgabe habe ich von Federer ein beträchtliches Ohr bekommen. Viel dann. Warum willst du das unbedingt twisten? Ich habe twisten und damit mehr als ein Zwergespielt verdient. Und wer weiß. Ich werde aufgrund meiner Fähigkeit angehört. Zeigen werden aufgrund ihrer Fähigkeit angehört. Das hat dafür in Deutschland mehr verdient. Bestimmt. Du denkst doch nicht zu raten, selten zu werden, oder? Auf keinen Fall. Ich werde über mein Vater in die Lehre gehen und meine Fähigkeiten füttern. Und irgendwann werde ich mir mein eigenes Boot bauen, um die Welt zu weisen. Gut. Was ist denn gut? Warum? Nicht wahr? Aber du musst die Welt erst wieder friedlich sein. Hm. Aber in einer friedlichen Welt haben wir uns heute keine Aufgabe, oder? Hm. Kannst du mich auf meinem Brot begleiten? Ich werde drüber nachdenken. Natürlich. Ich werde drüber nachdenken. Natürlich. Ich werde drüber nachdenken. Ich werde drüber nachdenken. Entfernen kannst du die ist. Nein, das wollte ich nicht. Wollte da ich... Ein bisschen heilen. Ich muss sie verbringen. Und dann gehen wir mal zum Manoturm. Ich werde da jetzt den Schlüssel haben. Ich hoffe, dass jetzt Level 16 ungefähr ausreicht dafür. Momofit Blumen! Ich habe einen Finger und die Glück. Angel Feathers! Fierce Demonstration! All talk, no app. Ist das wirklich? Das ist ein Haufen Bücher. Ich denke nur, wie viel Wissen in diesen Büchern enthalten ist. Hey, das ist ein Wackliedschlein. Hm, da ist ein Siegel. Gut, fühlst du wohl? Ja, Professor. Hm, da ist nicht auf Ihrem. Nein, hört euch diesen Mal schon kreis an. Wundervoll. Okay, dann hat es die Vorrichtung aktiviert. Also müssen wir irgendwo mit diesen Vorrichtungen... Irgendwas mit diesen Vorrichtungen machen. Es scheint so. Sieht interessant aus. Jetzt stelle ich hier auf... Bank heißt da. Äh, okay. Ich stelle dich auf diesen da an. Okay. Die Tür ist aufgegangen, Professor. Ja. Was zum... Es scheinen müssen Leute auf diesem Kreis stehen, wo die Tür aufgeht. Davon aus müssten alles hier bleiben. Das ist gefährlich. Aber wir haben wohl keine Wahl. Ja. Ja. Wir wollen ja auf den Rückweg nicht... Vor einer Floss der Tür stehen. Also Leute. Dann geh du mit Colette. Ich... Na gut. Okay. Bringen wir es hinter uns. Wir sind wieder weg. Und dann wieder das hier. Okay. Dann wird das hier. Okay. Okay. Dann wird das hier. Jetzt kommt's auf. Okay. Okay. Oh, das ist doch so. Mal kurz sagen, komm ich. Ja, Unsinn. Scheinbar ja. Aber hier ist nichts zu holen. Dann gehen wir hier wieder rein. Es sieht wirklich stark aus. Ich hoffe, wir haben nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich... Halt, wieder ein bisschen doof. Fallen haben wir keine, bei denen es sich ganz verteilt. Das könnte so ein bisschen doof werden. Ein wird zerreizumlastig. Das wird schwer sein. Fierst! Wie? Was? Entschuldigung. Der Ver tiefer. Sie sind gut! Sie sind gut! Entschuldigung. Das wäre anfangen. Sie sind gut. Okay. Du bist so schön. Geh, lass das Ring Whirlwind! Du glaubst. Du bist so schön? Wie kann Gul-Way trusten? Wer hat das mit dem Geschenk zu tun? Das ist richtig geschenkt. Tag? 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 Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, aber hey, das soll jetzt gar nichts. Das wird schwer sein. Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, aber ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig. Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig. Ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig. Um. 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 Die Ahnung macht sie nicht. Hier vorne. Was haben wir hier? Wir müssen das nicht rankommen. Ich hätte sich die Tür öffnet. Und hier haben wir ein Sprechersiegel. Das verbringe ich doch gern. Dann können wir doch mal den Sprechersiegel weg. Was ist das? Wundervoll. Äh, machst du irgendwo mit deinem Vorricht zum Fronten sein? Kannst du uns hier unten sehen? Äh, dieser Befahrt ist voll cool. Hallo. Äh, ich kann euch sehen. Warte. Kannst du mich hören? Und die Tür auf dieser Seite ist aufgegangen. Wir gehen jetzt auch rein. Wir wollten uns hier zusammenfließen. Wir fahren das Ziel brechen. Okay. Alles klar. Ja. Jetzt sind wir zu anderen Gruppen unterwegs. Oh. Oh. Nee. Ja. Das ist ein Sprechersiegel. Okay, jetzt muss ich das gleiche machen. Ja, dann mal in die Mitte ziehen. Ja, im Endeffekt vergiss ich einfach die Malerringe. Das war auch ein bisschen unpraktisch. Ja, dann, ja, ich glaube, das war ja auch ein bisschen. Ja, dann auch ein können. Das klappt schonmal so, ist natürlich der Sub. Da mussten wir alle von denen umlegen. Also alle von den Kreisen hier aktivieren. Hoffen wir, dass das richtig ist. Ränsler sehen. Ja schon wieder. Jetzt hat es da oben eine Art Brücke aktiviert. Jetzt keine falsche Küste. Ich weiß nicht, dass ich die Ecke schüsse. Ich weiß nicht, dass ich die Ecke schüsse. Das könnten wir hier auch miteinander stürzen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, nochmal in der FGM Level 2. Okay.